ja hallo und so und wir kommen es ist egal meine aufnahme ja willkommen zu einer weiteren folge dead by daylight mit den leuten die man hier sieht egal ich bin tot was ich hatte ich muss hier gerade erst mit der steuerung klarkommen ja wie er ist es nicht so schwierig klingelige denken hier kommt der eiermann so und ich bin diesmal auch zu überlebende klingeling verschwinde nein für dich hier auch hier wie geht es doch das kommentar zwei minuten und kann sich doch mal ein bisschen was von der map ist ja langweilig wenn sie nur am haken hängt den ganzen tag ja die ganze sache also wenn du sagst wo deine freunde sind dann lasst du dich vielleicht laufen mit einem löffel ja ich töte dich zum schluss okay du hast es nicht anders gewollt wo sie hin und nein ich habe faires angebot gemacht ja wo sie denn ich sehe meine beute nicht ach guck mal da hinten ganz schön fleißig deine kollegen hier ja so ich hänge mir mal kurz hier auf ja ein bisschen zu trocknen und dann guck ich mal nach den anderen ok mitten durchs schulterblatt ding dang dong was auch cool wäre so eine hexe auf einem besen die so umschwebt ja genau die verwandelt dich dann in brot und isst dich hallo na magst du laufen hallo hallo ist jenn jetzt eigentlich schon tot jetzt nicht mehr hey das war die teil der vereinbarung nein ich hab ich hab schon deiner kolleginnen angebot gemacht aber das hat sie leider nicht angenommen jetzt ja auch hier so zu wackeln ich kann nicht gerade laufen ja das ist nicht spontan lass mich aus so muss ein haken hier ist ein haken so da ist die sache am haken zack wo sind die anderen wo sind die anderen wo sind die anderen so der bruder guckt nur zu wenn du da machen hängst ah ja so komm mal ran hier meister wo sind sie denn he wo ist es wo sind die anderen wo sind die andere wo sind die anderen Info. Alles klar. Ganz leise. Ja, ganz leise. Alter! Ja, sehr schön. Generator an! Hallo hier drüben! Hä? Mhm. Ja? Mhm. Das ist total unscharf, das Spiel. Da kriegt man ja Kopfschmerzen von. In der Tiefenschärfe müssen sie ein bisschen arbeiten. Ist doch grad jemand an mir vorbeigelaufen? Halt, ich sag's, ich bin so angespannt als Überlebender. Das ist so, ach... Jetzt mach doch mal Fehler, Mann. Das macht keinen Spaß mehr. Ich seh nix. Ich seh da jemanden. Hallo, Eddie! Bleib stehen, Junge! Du hast keine Chance! Wo ist er hin? Denkst du, kannst du mich natzen, oder was? Was hast du... Was hast du denn? Der Rot ist in der Hand, hä? Ein Mittelkitz. Das war nicht Teil der Vereinbarung. Bleib hier! Bleib hier! Au! Hau dich nicht! Arschloch! Das heißt immer noch Sie, Arschloch! Sie, Arschloch! Hilfe! Hilfe! jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei habe nur eine generator der sandmann war um sieben vorbei das heißt schlafen gehen längst im bettchen liegen müssen so wir fehlten noch zwei leute finden was zwei meine schwester ach die ist tot ja das oder zugeguckt das ist einfach freundlich ja das war sehr interessant aus tollen bruder hast du da wieso ich meine füße nach buttercreme torte was deine wo hast du deine füße drin ja das ist ich auch gerne mal diese scheiß vögel ich denke immer da ist jemand weil ich vögel nur um ja furchtbar kein anstand die leute absolut nicht wo es heißt nur keine fehler machen nur keine fehler das hört sich gut an ding 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 wie war das mit keine fehler machen oder sind zwei leute guten tag bleib stehen die tür müsste aber aufgehen ist mittlerweile nein ne ne ein generator fehlt noch ich habe dein atem gerochen du schwein hör auf zu wickeln kann mich nicht konzentrieren hier ich hätte die türkische pizzer nicht essen sollen so bitteschön also gut schaust aus so wer fehlt denn jetzt noch kacke wer fehlt denn jetzt noch geht dich gar nichts an es geht überhaupt nichts an ich höre es ja doch schon wieder rasch ach der herzschlag macht mich teilweise leicht nervös es teilt des plans wahrscheinlich das war ja wer heult denn hier rum keine angst keine angst doch ist doch da ich helfe dir ein bisschen ich weiß dass wir bisher gekommen trying to do lana 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 schön nell nein sie können doch über alles reden nö15 die zeit si vorbei lana hatti lavt ja wo bist du keine ahnung Schnuckelein. Los, noch einen. Go, go. Ein Generator würde noch fehlen. Ja, nein, das ist Grafikpack. Du hast keine Chance. Hier bei mir ist der. Das müssen wir losreißen müssen, die kleinen Leute hier. Das ist ganz schön gemeint. Ich hab die schon einmal aufgehangen. Mensch. Ich will's nicht immer zweites Mal tun müssen. So. So, verrat mir, wo Eddie ist und dann lass ich dich laufen. Ganz hinten, am anderen Ende der Karte ist er. Okay, danke. Was? Es hat eh nicht gestimmt. Als ob sie mir die Wahrheit sagt. Oh oh. Und weg ist die Seele. Schön, dass du dich da so freust. Ich wollte grad sagen. Der Verbündete freut sich, alles klar. Eddie, piep einmal. Piep. Ah, da ist er. Es gibt auch Leute, die lassen sich freiwillig von so einem Typen killen. Hallo, Eddie. Na? Aber ich dich. Ja, ich merk's. Aber du's nicht. Oder willst du noch ein bisschen krabbeln? Nee, allein nicht so langweilig. Willst du noch ein bisschen krabbeln? Komm, wir krabbeln noch ein bisschen. Krabbeln ein bisschen. Okay. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Was ist das im Gebüsch? Da ist das deine deutsche Schneeke. Klein und schleimig. Sa, jetzt reicht's. Komm mit hier. In welchem Haken möchtest du aufgehangen werden, hä? An einem... Nee, 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 nee. Keinem. Lass mich, lass mich gehen. Lass mich gehen. Ich würd's ja gerne tun, aber... Naja. Weiß der selber, ne? Guck mal da, wo die Viechen... Da waren früher die... Der sieht doch schön aus. Frisch lackiert. Ach, da passiert nix. Da hab ich desinfiziert. Okay. Kacke. Ich hab ja kurzzeitig gedacht, dass ihr's schafft, hä? Wundest das nur ein Generator war. Ja, bei dem... Ich hab's eigentlich länger gedacht, dass wir's schaffen. Ja. Bei dem Alien-Monster könnte das nicht so ne Spinde sein, sondern so ein UFO, was dich mit nem Beamer nach oben holt. Das ist total cool. Beamjaps, Scotty. Ups. So, jetzt muss ich Return to Lobby drücken, ja? Genau. Return to Lobby. Ach. Gibt's eigentlich noch andere Karten? Das waren bis jetzt immer die gleichen, oder? Nee. Nee? Das sieht zumindest gleich aus. Ja? Okay. Ja. Ich brüß den so gerne gleich aus. Wenn's der Schrottplatz ist, dann hat er aber den Fallensteller genommen. Oder den Schausteller. La 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 la. La 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 la. Oder den Darsteller. Oder den Darsteller. Ja. Den Darsteller. Das ist ein anderes Wort für... Ich bin kein Schauspieler, weil ich den Pornos mehr spiele. Ja. Ich bin was Besseres. Was ist das denn hier schönes? Ach, guck mal. Warte mal. Ah, so geht das so. Hä? Setz das hin, du Hund. Hä? Was musst du gedrückt halten? Sag mir das so eine. Was musst du gedrückt halten? Ach so. Fallensteller. Ja, ich drücke mal zu rechts Klick und dann nimmt sie wieder auf, der Sack. Ich kann doch schon wieder alle riechen hier. Äh? Entschuldigung, ich war nicht dusch. Das stinkt so krass. Das ist der Wahnsinn. Hallo? Immer zu Hause. Hallo! Danke, Jesus. Danke. Bitte. Ich habe dein Gebet erhört. So. Wo ist er denn, der Freunde? Magst du nicht mal auspacken? Nein, ich hab nichts. Nun, der was hat mir leid. Ich habe vergessen zu wiggeln. Dann wiggel mal hier dran. Ich vergesse mich auch sehr oft. So. Ihh, hör auf, mit's Gesicht zu spritzen. Hat den Mund zu, aber schreit. Bist du Bauchredner? Der sagt doch immer Ihh. Ja, wer schraubt denn hier rum? Oh, ich bin in meiner eigenen Falle gelaufen. Nein! Oh, wo ist er hin? Ach, verdammt. Ah, ich hab ein Holzbein. Das macht nix. Ich komme trotzdem. Warum kann man sein eigenes Fallen laufen? Wie blöd ist das denn? Das habe ich aber beim besten Willen auch nicht gewusst, dass das funktioniert. Seht euch das mal vor, ey. Die Fallenstelle. Und ich dann kann das richtig Schöne kommen. Das ist schön. Das gefällt mir. Ach, Hattie war das. Das gefällt mir gar nicht. Eiserne Zäpfchen. Äh, was? Würde die Leute ja nicht an dem Haken durch die Schulter aufhängen. Ich war da ein bisschen kreativer. Man könnte ja auch, dass es nicht so wehtut, die Schuh... Ach Gott. Die Schnürsenkel, so heißen die Dinger, zusammenknoten und dann da einfach aufhängen, ne? Ich kann ja auch an dein Ohrläppchen aufhängen. Da hast du direkt noch nen Ohrring dabei. Wenn du nen Tunnel hast, ist das so egal. Dann hängst du einfach da, ey, wie Dumbo. ich suche einen generator hat einen generat ich habe hier ein kommt zu mir ja wo bist du heute im tages angebot mit dir um diabetiker chronos sei ich schwör sich das scheiß herz gibt es oft die nüsse achten herz pocht oder kälter und die musik bis zu blind du bist so was ich bin blind okay du machst der spitze gehört dann gehen wir wieder rückwärts ok mal gucken ob ich immer noch bild bin auf dem laptop ruckelt das so krass ich glaube einfach im kreis um irgendwas herum dann verliert er mich aus den augen dann laufe ich weg wenn der monster spielt die ego perspektive von dem killer ist aber schon sehr eingeschränkt also ich habe schon ein paar im gras und so übersieht man die sehr leicht ja war das ist voll scheiße okay ich gehe zu deinen freunden jetzt reicht mir damit ihr das ist doch viel spaß noch aber nicht wieder mit der gaben die steckdose fassen einmal nur nein das ist bitte ich habe hier noch jemand gehört hat das an das hat das gefühl ist ganz schön gut geworden in dem spiel also wie ist es jetzt wenn die alle generatoren an sind dann geht um die tür auf oder was dann kann ich meine wenn wenn das soweit ist dann hörst du eine sirene dann wird die wird bei der tür die werden dir dann angezeigt die türen wo die sind es gibt zwei glaube ich pro map oder diese notfall luke ach kack doch die wand an die was habe ich über die gabel gesagt hier macht die generatoren scheißt auf mich okay scheiß auf ihn ihr habt gehört ich hänge mich mal kurz auf ja und dann kümmere ich mich um die anderen ich vergesse immer zu wickeln man ich hätte jetzt gern so ein cityroller hier einfach mal ein bisschen schneller durchgegeben kommen oder ein sag whale monster was hinter einem herfährt ist hier jemand sag mal seite beschränkt kann mich einer retten ich mache wirklich die generatoren Prozent das ist also weit auseinander ich hoffe ich krieg Kilometer Geld jener hoffentlich gibt es keinen ich hab Augen im Hinterkopf Monster das wäre scheiße ja das ist ja so so eine 360 Grad Monster naja RT immer noch am abhängen Irgendwann ist da irgendwas ist da ein Purple Hilfe, keiner will mich, keiner hat mich lieb, ich hasse es hitze schön Boah, ich hätt Bock auf den Rausbrot Ach kacke, jetzt muss ich auch noch Base spammen hier Nein Nein Oh, ich hörs oder bin ich das selber Naja also mhm Ich hab eigentlich gerade gesehen, bei mir hört man nicht so viel Oh oh Danke Datt gefällt mir gar nicht Was Wo seid ihr? Ihr kleinen Ratten! Kommt her! Ha! Da sieht doch jemand! Hallo! Komm, komm! Bleib stehen, bitte! Bitte bleib stehen! Ich hab noch was für dich! So, äh... So... So, bitte nicht wieder befreien, ja? Der Bruder hat dich auch sterben lassen, ja? Ja, genau, der Arsch! So. Ja, grüß die Wichs noch mal! Ja, verflucht die Scheiße! Ja! Hilfe! 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 Komm zu mir, ich brauch Hilfe! 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 Hilfe, Engel! Nein, komm zu mir! Hilfe! Ich hab Kekse! Hallo! Panzerkekse und Bananen und nichts zu trinken! Panzerkekse, Bananen und nichts zu trinken! Dann müssen sie hier... Dann müssen sie hier... Dann müssen sie hier mit dem Bresduft haben wir... Das Rohr frei machen, ey! Survivor Fault, aber wo? Und mit einem Generator auf der Zahnung! Ja, ich weiß nicht! Schafft ihr es heute noch? Also irgendwie momentan... Sacrifice! So, die Jane habe ich irgendwie noch gar nicht gesehen heute! Jane ist gut! Ich bin ein Ninja! Oh! Oh nein, jetzt siehst du mich gleich bestimmt! Ah ja, ich rieche es! Was? Was? Äh! Äh! Ach, verdammte Scheiße! Was? Verdammte Scheiße? Das sagt man nicht, Etty! Ja? Denk an dein Kind! Hä? Das macht man nicht! Jane, achte nicht auf mich! Ich bin sowieso tot! Ja, er ist sowieso tot! Ich bin sowieso tot! Hilfe, ich bin Etty! Hilf mir, Jane! Nein, hilf mir nicht! Hilf mir, Jane! Komm zu mir! Jane, hilf! Mach den Scheiß! Ja, ich kann ja nicht! Ich bin sowieso tot! Bitteschön! Scheiße! Scheiße! So, in der Minimiste! Ich fing an nicht die Feste! Oh, oh! Ach, kacke! Ich wollte... Let's go! Go, 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 go! Wo ist denn die Klappe? Was? Zuschauen? Wiedersehen! Nein! Bist du gekommen? Nein! Du wusstest, wo die Klappe war? Äh... Und als du dann gestorben bist und du gesagt hast, ich soll dich hängen lassen, dann... Jane, du hast es drauf! Ja! Sehr schön! Luschi! Was? Ich wusste nicht, wo die Klappe ist! Ja, ich hab sie auch nicht gesehen! Das sind doch irgendwie drei oder vier Generatoren an allen Ecken der Map gewesen! Ja, wie soll man da mal hinkommen? Oder Haus brennt und du entkommst durch die Hundeklappe! Die ersten drei Generatoren sind immer... Die gehen so schnell und dann auf einmal spackt's rum! Dann ist so... Hat jeder irgendwie so'n Durchhänger? Naja! Hänger! Aber so wird Pepper das auch gesehen, ne? Nicht wahr? Ja! Schau mal, wer nächste Runde das Monster ist, wenn noch einer Monster sein will! Doch, meine Schwester muss das auch mal machen! Dann gewinnen wir nämlich mal! Ja, ich will nicht von uns noch! Ich mach's nicht! Ja, dann, das war's! Vielen Dank fürs Reitschauen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!